Ich zieh mal kurz meine Jacke aus. Du hältst mich. Ich halte dich. Hey, Kinder. Was geht denn schon wieder bei euch ab? Folgender Stilissel ist am Pissl. Ich hab gesagt, hey. Ich hämme auf die Tasche und es geht nicht oder was? Vielen Dank für die Mitmachung eurerseits. Ja, bei diesem Projekt. Oh mein Gott, warte kurz. Unten sind alle Teilnehmer verlinkt und ich werde jetzt von oben nach unten durchgeben, wer, oh mein, fuck, wer gut war und wer nicht so gut war und trotzdem gewonnen hat. Natürlich will ich sie mich anschießen mit ihren kleinen Penisfüßen. Auf erster Stelle mit einem Score von 1011 ist der Aigner. Herzlichen Glück, Strumpfbein, Freund. Alle Sachen, die übrigens später als jetzt eingeliefert wurden, also als Montag, ich hab jetzt ungefähr fast eine Woche Zeit gelassen, sind natürlich leider untergegangen. Ich wollte sogar nur einen Tag freie Zeit lassen, nur einen Tag. Aber die Prüfungen haben mir da ordentlich in den Anus gefögt und deswegen ging das alles nicht. Auf dem zweiten Platz ist The Neo 3000 mit 980 Punkten. Fick die Wurst, brah. Schon nicht schlecht. Muss man schon... Ich hab natürlich gesehen, dass einige von euch Eckencamperei betrieben haben. Das ist natürlich... Darauf muss man halt kommen. Also ist nicht schlimm, könnt ihr euch machen. Ich hab mich nur schlecht gefühlt, weil ich nicht drauf gekommen bin. Mach ich jetzt auch mal. Verpisst euch, Mann. Ich geh jetzt mal in meine Ecke. Geh mal weg, oder was? Auf dem dritten Platz ist Kid4Gaming mit 507... Nein, halt. 594 Punkten. Oh, my fucking girl, isn't it? Geht doch jetzt mal weg, oder was? Ich muss doch jetzt auch nochmal einen Rekord aufstellen. Auf dem vierten Platz ist Saint mit 587 Punkten. Auch nicht schlecht, nicht wahr? Auf dem sechsten Platz Synestrix mit 361. Ich kann gleich nicht mehr mitsehen, weil ich nicht richtig denken kann. Wenn ich hier gerade metze, wäsch. Falls ich es irgendwie schaffen sollte, was ich bestimmt nicht schaffe, einen neuen Rekord aufzustellen hier, ja? Dann müsst ihr nochmal ran. Kinder, dann müsst ihr nochmal ran. Wenn ich die 1011 schaffe, ja? Dann müsst ihr... Oh! Aber nicht mit mir, gell? Ihr seid doch so Frischbiertrinker. Chillt mal jetzt eure Grundbasis, okay, Aliens? Auf dem nächsten Platz ist The Mustang GT mit 328 Punkten. You're gonna die all in your poor mother. Auf dem vorletzten Platz ist Lazy Lars mit 288 Punkten. Oh Gott, ich schreie hier so viel, weil das Spiel immer noch so scheiße laut ist. Nur 449? Ich dachte, ich bin schon bei 1449. Und auf dem letzten Platz ist The Russian Comedy. 177 Kills. Wie viel hatte ich? 165 oder 155? Ja, da knapp gemacht. Es haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute mitgemacht. Ich habe einfach sowas gemacht und es waren 8 Leute mit. Ultra Crank, danke an euch. Und jetzt versuche ich nochmal den scheiß Rekord hier von der Einiger zu knacken. So, ohne zu labern jetzt die ganze Zeit. Also ich labere schon, aber ich muss keine Sachen mehr vorlesen. Warum habe ich schon live verloren? Das geht doch nicht. Ich mache euch alle tot. Mir ein Stück Doktorbrot. Scheiße, dass ich meine Punkte nicht sehe, weil Traps halt voll davor ist. I got my head jack, my a jumbo jet. Ich kann Doktor spielen, bis der Arzt kommt. Machen sie sich schon den Raum frei. Okay, einen Versuch noch. Fick mich doch, oder warst du? Ich will doch Paintball stellen. Wack, 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 wack. Mit Keks, whack the pack. Wir sind die Guten. Atom-Bomben-Power. Und jetzt bombe ich mir einfach den Weg frei, nicht wahr? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Auf einmal kommen sie von überall, oder was? Als wenn sie voll die Cheater wären. Hör auf. Meine Waffe ist fertig. Es sind alle gefickt. Nur 392. Ein Spiel geht noch. Du hältst mich. Ich halte dich. Wir halten uns auf Distanz. Du hältst mich. Ich halte dich. Wir waren nur gute Bekannte. So wie deine Tante oder deine Mutter. Guck mal, die kommen gar nicht nah an mich ran. Das sieht man an dem bunten Kreis. Oh Scheiße, jetzt habe ich ja alles versprengelt. Oh Mann. Lass liegen, lass liegen, lass liegen, deine Mutter. Ach shit, das Ding war ja schon längst ready. Ich wurde heute Morgen von einem Banzer geweckt. Das mit dem Paintball war eine scheiß Idee, man sieht gar nichts. Oh Gott. 991. Oh Gott, ich habe es fast geschafft. Okay, okay, ohne Witz jetzt. Alter, ich mache noch einen Try. Ich ziehe mal kurz meine Jacke aus. Okay. Guck mal da. The Gears of War. Verstehe ich. Und so jemand kriegt keine 1000 hin. Das ist ja wohl eine lächerliche Lächerlichkeit ist es hier. Ohne irgendwelche Schwuchtelfarben. Jetzt sehe ich nicht. Also, ey, wow, das nehme ich zurück. Ohne irgendwelche Farben. Die haben hier nämlich voll den Spielschluss kaputt gemacht, die Farben. Mehrfach. Ich muss doch noch die 100.000 Millionen Punkte knacken. Scheiße. Nein. Okay. Oh fuck. Okay. Nice, man. Wie ich es drauf habe. Oh shit. Wow, das war knapp. Alter, ich brauche ein bisschen meinen Freiraum. Weißt du, geh mal weg. Ultra fucking delicious. Cool bleiben, Leute. Alles voll mit Blut, man. Sie schwimmen in Blut. Nein, 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 nein. 1397. So Kinder, weil ich mal die Jacke ausgezogen habe. Wer es jetzt schafft, hier weiterzukommen, der wird am Anfang des nächsten Videos, werde ich alle nennen, unten in der Beschreibung verlinken und ich werde euch direkt im Video verlinken. Man kann sofort auf euch draufklicken. Ich werde eure Bilder nehmen und das ins Video machen. Sofort am Anfang. Ich sage, hey, Herr Pimmel, was geht denn bei euch ab? Oder hey, Kinder, es ist cool bleiben jetzt. Und dann ist da direkt so ein Bild mit dem Niemanden, weil keiner diese Score schaffen wird. Aber wenn ihr es schafft, alter Verwalter. Richtig fett, Mann. Fick die Wurst. Wisst ihr was? Noch besser. Komm, damit die Leute euch kurz hören. Macht am Anfang eures Videos irgendwas, was ihr halt sagen wollt. Ich nehme die ersten 10 Sekunden von jedem rein ins Video. Von jedem Teilnehmer, der die Score schafft, nehme ich die ersten 10 Sekunden rein. Aber verlinkt das Video bitte hier unter diesem Video. Also nicht unbedingt verlinken. Das könnte dann für mich als Spammer gezeigt werden. Wobei das auch nicht schlimm ist. Ich schalte es ja trotzdem vorhin in den Kommentar. Aber schreibt einfach, ich habe mitgemacht oder so. Und dann noch, ne, irgendwie, ihr wisst schon. Ihr werdet fett ernten. Ja, dadurch. Aber ihr schafft es ja wahrscheinlich gar nicht, weil ich einfach zu gut bin. Ihr müsst auf jeden Fall, weil ich vorhin mein Ding ausgezogen habe, einen Daumen nach oben geben. Weil das so sexy ist. Guck mal, ich habe nur ein T-Shirt an. Das ist eigentlich so, als würde ich meinen Schwanz in die Kamera schlagen, oder? In einigen Ländern. Ich habe jetzt keine Brücke an oder sowas. Ja gut. Aber ich habe halt nur ein T-Shirt an. Das ist eigentlich nackt untenrum schon direkt. Also dann vielen Dank fürs Zusehen, ja? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.